Gibt es überhaupt noch Alternativen in der Situation, in der wir uns befinden? Und wenn ja, welche wären das? Gibt es einen Ausweg aus dieser ganzen Situation, die sich so verdichtet hat? All das erfährst du in meinem Video und du erfährst auch eine Botschaft der geistigen Welt zu diesem großen Thema. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Monika Nirjana, das Hauptmedium der Smarana-Gruppe und wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrieben. Wir sind eines der größten Online-Portale für Weiterbildung im spirituellen Bereich für Webinare. Und wenn du immer gerne die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann abonniere am besten gleich meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, damit du alles mitbekommst, was gerade wichtig ist. Ja und heute geht es um diese Situation, die wir gerade durchleben. Und wenn ich mal jetzt so für mich, von mir spreche, von meinen Gefühlen, was mich von Anfang an stutzig gemacht hat oder zweifeln ließ an dieser Richtigkeit von dem, was da gesagt wurde, war, dass sofort ein Zwang und eine Angst kam. Was mich sehr stutzig gemacht hat, dass plötzlich Menschen ausgegrenzt wurden und dass eine so große Unsicherheit und Angst zwischen den Menschen entstanden ist, unter den Menschen und dass plötzlich so viele Unwahrheiten auf einmal da waren. Dass man sich verstrickt hat in Meinungen, die einmal Ja waren, die einmal Nein waren und dass diese Widersprüche so enorm geworden sind und dass man auch plötzlich Menschengruppen beschuldigt hat. Sie wären an verschiedenen Situationen schuld und dadurch sind so viele negative Energien entstanden wie Hass und Angst, die ja, Hass und Angst sind ja niedere Energien, die uns eigentlich gar nicht gut tun und jeder Mensch hat ja für sich den Wunsch nach Liebe, oder? Also ich habe den Wunsch nach Liebe und Frieden, ich möchte einfach glücklich leben und das, denke ich, hat jeder Mensch, diesen Wunsch. Und das alles wird irgendwie in der jetzigen Zeit vergessen. Diese ganzen Verbote, die dauernd für verschiedene Menschengruppen entstehen oder gemacht werden, ja, die bringen uns doch nicht in eine positive Energie, sondern die bewirken eigentlich mehr das Negative. Wenn ich jetzt mal zu dem Aktuellen schaue, ich habe etwas für euch vorbereitet, was jetzt gerade so passiert, denn die Menschen, die uns, die wir gewählt haben, die haben sich so verstrickt in verschiedenen Widersprüchen, dass die fast schon keine Alternative mehr haben, irgendwie etwas zuzugeben. Die haben sich zu sehr verrannt in dieses Thema und wissen vielleicht selbst nicht mehr ein oder aus. Es laufen gewisse Kampagnen im Moment für gewisse Sachen und dadurch befinden sich diese Menschen, die uns eigentlich unterstützen wollten, vielleicht sogar selbst in einer Sackgasse und wissen nicht mehr, wie sie aus dieser Sackgasse herauskommen. Und dadurch werden sie unglaubhaft. Man kann ihnen nicht mehr glauben. Es entsteht so ein großer Wirrwarr von extrem abweichenden Verhalten. Heute sagen sie so, morgen sagen sie so. Und letztendlich ist dieses Verhalten sehr schädlich für unsere Wirtschaft, für unseren Tourismus, für unser gesellschaftliches Leben. Also es bewirkt für mein Gefühl das Gegenteil. Es gibt uns keine Freiheit, es gibt uns keinen Frieden und keine Kraft, sondern es drängt uns in so eine Richtung hinein, die willkürlich gesteuert wird. Ein Beispiel, und das möchte ich euch jetzt gleich mal zeigen. Ich habe was vorbereitet. Und zwar dürft ihr mal hier schauen. Ihr seht hier einen Ausschnitt vom Tagesspiegel. Und zwar war das am 15. Januar. Und noch am 14. Januar hatte man im Bundesrat versprochen, dass wenn es Änderungen im genesen Status gäbe, rechtzeitig informieren würde. Also von einem Tag auf den anderen wurde hier eine Entscheidung getroffen, die alle Menschen ja vor den Kopf geschlagen hat sozusagen. Und dieser Vorgang ist sehr präsent. Ja, wenn ihr das mal alles hier lest, was das steht, ich mache euch den Link unter das Video, dann könnt ihr es selber nachlesen. Ja, es sind also diese Dinge, die geschehen, die man sich nicht erklären kann. Und vor allen Dingen hier, wenn ihr diesen Satz lest, wenn die EU sich nun mit Deutschlands Zustimmung auf einen genesen Status von sechs Monaten verständigt hat, grenzt das an Irrsinn. Das steht hier in diesem Bericht. Denn wenn das RKI allerdings auf Weisung handelte, steht hier auch und der Termin schon klar war, dann wird es gefährlich. Dann wird es gefährlich, ihr Lieben. Und das bringt mich so sehr zum Stutzen, dass ich nicht mehr weiß, wie das hier weitergehen soll. Und da dazu werde ich natürlich auch die geistige Welt befragen. Denn dieses Widersprüchliche bringt ja auch die Menschen dazu, die Seiten zu wechseln, auf eine andere Seite zu gehen, weil sie irgendwann mal vielleicht die Nase voll haben von diesen Bestimmungen, die sich widersprechen, die anscheinend willkürlich ausgesprochen werden und Auswirkungen auf unser ganzes Leben haben. So viele Menschen können sich nicht irren. So viele Menschen sagen Dinge, Wissenschaftler, medizinisch ausgebildete Menschen, sagen uns Dinge, die stimmen könnten. So viele sagen Dinge, die nicht stimmen könnten. Was ist das für ein Wirrwarr? Ein großer Wirrwarr, der uns durcheinander bringen möchte. Und wenn du dir überlegst, zum Beispiel jetzt gerade, wenn du genesen bist und in Bayern, in Nordrhein-Westfalen lebst, gilt das wie ein I. Aber in den anderen Bundesländern gilt das nicht. Also ist es doch dermaßen widersprüchlich und unkonsequent. Und all das macht mir eine große Angst, dass wir letztendlich unsere Menschlichkeit, dass die verloren geht, dass die untergebuttert wird von dieser niederschwingenden Energie. Man sagt ja auch, bevor eine Gesellschaft, ein Kollektiv oder das Kollektiv erwachen kann, muss es erst durch wirklich niederschwingende Energien hindurch. Das ist das Einzige, was mich tröstet in dieser Sache. Und wir haben ja auch gar keine Wahl im Moment. Wir sind da hineingeschmissen worden und gehen da durch diese Zeit hindurch. Und immer mehr Menschen gehen spazieren und sind, zeigen ihre Gesinnung. Also es ist eine unheimlich herausfordernde Zeit und ich freue mich jetzt auch schon darauf, was die geistige Welt dazu zu sagen hat. Und ich wünsche dir jetzt gleich mit der Botschaft ganz viel Freude. Ich sprühe mich nochmal ein mit Michael für Schutz und Reinigung. Ich schicke dir auch ein bisschen rüber von der Energie. Geliebte Menschenfamilie, Voller Freude lade ich dich zu dieser Meditation ein. Diese Meditation dient dir als Vorbereitung für die Botschaft der geistigen Welt, welche folgen wird. Und so bitte ich dich, in einem Rhythmus zu atmen, welcher dir gut tut. Und mit jedem Atemzug das Licht der Liebe und des Friedens einzuatmen, diese göttliche Energie, welche jedem Menschen zur Verfügung steht. und versuche, diese wundervolle göttliche Energie, welche durch den Atem in dich hineinfließt, in dir auszudehnen und zu spüren, wie du dadurch in eine höhere Energie hineinkommst, wie sich dein Herz zu einer goldenen Sonne ausdient und du spürst, wie du vollkommen gelassen bist, voller Frieden und Liebe. Und das ist genau der Energiezustand, die Zentrierung, die es dir ermöglicht, die Botschaft nun sehr tief wahrzunehmen. und genau das ist der perfekte Zustand, der es dir ermöglicht, die Botschaft zu empfangen, die jetzt gleich zu dir kommt. Ich rufe die Engel des Lichters Einströmt das Licht der Wirklichkeit, einströmt die Liebe und die Kraft der Wirklichkeit und wir, die Engel des Lichters, erhellen deine Zeit. Wir sind gekommen, um dich zu unterstützen und dir zu zeigen, dass alles gut werden wird. Geliebter Mensch, du gehst gerade durch eine schwierige Zeit hindurch und wir wissen, dass dies für einige von euch sehr schwer ist. Deswegen sind wir heute hier und wir möchten dir sagen, dass du all dies, was du jetzt erlebst, dass dies nicht umsonst ist, sondern dass dies die Voraussetzung ist, damit sich etwas ändern kann. Die Energien, welche auf die Erde strömen, sind zur Zeit sehr aktiv und stark. Dadurch kannst du dich neu ausrichten und dadurch können Schattenseiten oder Blockaden, die du trägst, sichtbar werden. Dies gilt nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für das große Kollektiv. Und für das große Kollektiv zeigen sich zur Zeit sehr viele Schattenseiten. Mit dem Wissen aber, dass diese Schattenseiten aufgelöst werden können, möchten wir dich unterstützen und mit dem Wissen, mit dem Wissen, dass jede schwierige Situation eine Möglichkeit der tiefen Transformation ist, so wie für dich, als wie auch für das gesamte Kollektiv. Das soll dir Sicherheit geben und das soll dir das Verständnis geben, dass das große Schöne aus dieser Zeit heraus entstehen kann. Wir geben dir die Kraft, deine Seele immer wieder zu stärken und dich immer wieder neu auszurichten auf die Liebe und auf das Licht. Denn sobald du in deinem Herzen zentriert bist, bist du für die kollektiven Energien nicht erreichbar. und genau das ist es, was dich schützt und stark macht. Genau das ist es, was dich durch diese Zeit hindurch kommen lässt. Und so sind wir deswegen heute zu dir gekommen, denn wir möchten dich mit Liebe überschütten. Wir möchten dich mit Licht durchfluten, deine Seele aufladen mit dieser Kraft, damit du es einfacher hast, durch diese Zeit hindurch zu kommen und dass du es nicht vergisst, dieses große Ziel, warum du überhaupt inkarniert bist. Denn es geht darum, das Licht zu vergrößern und zu verankern und in die höheren Dimensionen aufzusteigen. Und so bist du sehr wichtig in diesem Spiel auf der Erde, in der Dualität und ganz tief in deiner Seele weißt du dies. und so danken wir dir voller Freude und Liebe dafür, dass du heute hier warst. Versuche im Vertrauen zu bleiben und rufe uns, wenn dies für dich einmal schwer sein wird. Wir sind immer für dich da. Und so verabschieden wir uns von dir und schenken dir den Mantel von Smarana. Lege ihn dir um deine Schultern, um uns die Engel und um Gottes Nähe zu spüren. Und dann komme du in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Sei ganz hier und wieder da. Bewege Hände und Füße. Nimm einen tiefen Atemzug und sei wieder hier. Ich wünsche mir für alle Menschen, dass sie diesen Frieden und diese Liebe spüren, den wir von der geistlichen Welt bekommen. Und ich wünsche mir für alle Menschen, dass wir erkennen, dass uns alle die Liebe verbindet. Die Liebe und das Licht. Und mit diesen Worten möchte ich mich bei dir bedanken dafür, dass du heute hier warst. Wenn es dir gefallen hat, abonniere bitte meinen Kanal, klicke einfach auf diese Kugel und wir sehen uns zum nächsten Video. Alles Liebe. Tschüss.